Der Plotwist, das Interessante ist nämlich, dass wir selbst Angst verspüren. Also Scham ist als Schwäche sehen, wenn wir uns verletzlich zeigen. Aber, und das konntet ihr feststellen, die Außenwelt, die sieht das ganz anders. Also die klatschen Beifall, die finden das als Stärke, die finden das super. Und da will ich einfach nur eine eigene Geschichte erzählen. Also wenn man auf Social Media das nämlich so sieht, wenn auf zum Beispiel LinkedIn, wo ich viel unterwegs bin, wenn da was geteilt wird, etwas Verletzliches, dann klatschen wirklich alle Beifall und sagen so, ey, danke, dass du dich öffnest, danke, dass du es mit uns teilst. Also da sieht man das wunderbar, dass andere sozusagen das als Stärke sehen, aber man selbst immer noch so diese Zweifel und diese Schwächen hat. So, genug von mir. Jetzt, wie heißt dieser Begriff, dieses Phänomen? Und vielleicht kannst du es nochmal deinen eigenen Worten erklären, was ihr da nämlich Spannendes herausgefunden habt. Also erstmal, das Phänomen heißt, oder haben wir so genannt, Beautiful Mass Effect, nach einem schönen Lied von Jason Mraz genannt. Und das Phänomen besagt, dass wir das Zeigen von Verletzlichkeit bei uns selbst eher als Schwäche sehen, aber bei anderen eher als Stärke, beziehungsweise grundsätzlich bei uns selbst das eher im negativen Licht sehen und bei anderen deutlich positiver sehen. Ähm, genau. Und der Name... Woran liegt es denn, diese Diskriptanz? Also warum ist unsere Selbstwahrnehmung so unterschiedlich zu dieser Fremdwahrnehmung? Also wir sehen es negativ und als Schwäche und andere klatschen Beifall. Also woran liegt es, dass wir da, ja, so eine Diskriptanz haben? Ja, das lässt sich mit einer sehr coolen sozialpsychologischen Theorie erklären. Die heißt Construable Level Theory. Und die besagt, dass wenn wir Dinge im Hier und Jetzt wahrnehmen, die Dinge, die sehr nah sind, die sehen wir sehr konkret. Aber Personen oder Ereignisse, die weit entfernt sind, die sehen wir eher abstrakt. Und das kann man sich eigentlich schon sehr gut vorstellen an einem Beispiel. Weißt du, wenn du dir einen Baum anschaust, wenn du davor stehst, dann siehst du ja die einzelnen Blätter. Du siehst jede Kleinigkeit. Bei der Rinde sehe ich alles quasi sehr detailliert. Genau, genau. Aber wenn du den Baum aus einer drei Kilometer Entfernung siehst, dann siehst du maximal so eine Silhouette. Und das ist das, was mit Abstraktion gemeint ist. Und diese Distanz, diese psychologische Distanz, die kann unterschiedliche Formen annehmen. Einmal kann es einfach diese räumliche Distanz sein, aber es kann auch die soziale Distanz sein. Zum Beispiel, ich selbst kenne mich sehr gut. Ich kenne meine Schwächen. Ich weiß alles, was bei mir schiefgelaufen ist. Du kennst es nicht. Du siehst mich zum ersten Mal. Das ist die Distanz. Du siehst mich noch sehr abstrakt. Ich sehe dich auch noch abstrakt. Je mehr wir uns kennenlernen, desto mehr verringert sich die Distanz. Weißt du? Zum Beispiel, ich höre mir deinen Podcast an. Hör, du trinkst auch keinen Alkohol. Ah, cool. Ich auch nicht. Wups, die Distanz ist schon mal kleiner geworden. Weil konkrete Informationen reingekommen sind. Und ob wir uns die Situation konkret oder abstrakt vorstellen, hat einen Einfluss darauf, auf welche Dinge wir den Fokus legen. Wenn wir konkret sind, dann denken wir sehr pragmatisch. Wie soll das funktionieren? Ist das überhaupt machbar? Was könnte alles schiefgehen? Wenn wir abstrakt sind, dann haben wir durch die Distanz die Möglichkeit, eher größer zu denken. Das ist the bigger picture. Was ist idealistisch das Gute daran? Was ist wünschenswert? Warum machen wir das? Statt wie? Und das hilft einfach, eine andere Perspektive zu bekommen. Und was hier passiert mit Verletzlichkeit, ist, dass wir bei uns selbst eben sehr konkret Dinge sehen. Wir sehen, was alles schieflaufen könnte. Wir kennen ja dieses Gefühl sehr gut in diesem Moment. Aber die anderen kennen es nicht von uns. Sie sehen es nicht. Was sie sehen. Sie sehen den Mut, den es verlangt, den Schritt zu gehen und trotz Angst sich verletzlich zu zeigen. Das heißt genau, dass jetzt auf uns übertragen, dass wenn wir etwas teilen, sehen andere das abstrakt, sind nicht so nah dran. Und deswegen sehen sie es vielleicht positiver als wir, die ja voll in dieser Bubble drin sind und alle links und rechts, vorne, hinten, alles drumherum sehen, wahrscheinlich schon zehn Tage drüber nachgedacht haben. Das ist quasi dieser, wie weit sind wir von diesem Ereignis, sage ich jetzt mal, entfernt. Also entweder sozial oder auch räumlich. Und das führt zu dieser Diskriptanz, dass andere es eher als Stärke nehmen und wir eher als Stärke nehmen. Ja, auch Dinge, die ein Jahr entfernt sind. Da können wir ja noch darüber nachdenken. Ah ja, ich weiß, warum ich es tue. Es lohnt sich. Aber wenn wir kurz davor stehen, dann, oh Gott, jetzt könnten aber Dinge schief gehen. Das hatten wir in der Podcast-Folge mit dem Humorexperten und dem Arzt im Dezember, wo es darum geht, wie können wir auch in Situationen, wo es uns nicht gut geht, schneller drüber lachen. Und da hatte ich auch eine Geschichte erzählt, die in Wien passiert ist, wo ich bitterlich geweint habe in diesem Moment. Und es war wirklich alles schrecklich, zwei, drei Tage lang. Und ein Jahr später kann ich es Freunden total freundstrahlend erzählen und wir lachen so darüber, über die Situation. Also, ne, das war, da habe ich auch nochmal gesehen, diese Distanz, die macht echt viel aus. Ist denn, Anna, die Frage habe ich mich auch gestellt. Könnte es aber für uns auch schwierig sein, mit dieser Verletzlichkeit so offen und so ehrlich umzugehen, weil wir nicht ganz das irgendwie greifen können? Weil auf der einen Seite verspüren wir diese Angst, dieses Scham, Gefühl, etwas zu teilen. Gleichzeitig aber, und da zitiere ich Brene Brown, kann Verletzlichkeit auch die Quelle für Freude, für Zugehörigkeit, für Liebe sein? Das hast du ja auch am Anfang erwähnt, dass Beziehungen ja gestärkt werden und man sich verbundener fühlt. Kann es auch daran liegen, dass wir halt irgendwie so dazwischen irgendwie und nicht ganz genau wissen, ja, aber ist das jetzt was Gutes? Ist das was Schlechtes? Weil auf der einen Seite, ne, sagt Brene Brown, erst wenn wir uns verletzlich zeigen, können wir diese positiven Gefühle überhaupt erleben. Aber gleichzeitig haben wir ja diese negativen Gefühle, wenn wir dran denken. Also das ist ja, ja, wenn ich jetzt drüber rede, bin ich schon völlig verwirrt. Kann es dazu auch führen, dass wir deswegen uns irgendwie nicht so richtig trauen, damit uns zu beschäftigen? Das, was du beschreibst, ist da eigentlich auch im Prinzip ein Problem sozusagen von Construal Level, beziehungsweise das Problem lässt sich mit Construal Level erklären. Weil diese unangenehmen Seiten, die sind sehr kurzfristig. Das ist das, was mir jetzt passiert. Und in dem Moment, wo wir die Angst haben, dann schauen wir nur auf dieses Potenzial, ja, Schamgefühl, was dann hochkommen könnte. Einfach wie unangenehm es sich anfühlt in diesem Moment. Die Folgen, die Brene Brown beschreibt und die auch zahlreichen Studien belegt sind, Das sind langfristige Folgen. Und langfristiges Denken ist wiederum mit abstraktem Denken verbunden. Das nennt man dann High Construal Level. Und das heißt, hier ist der Knackpunkt, dass um an die positiven langfristigen Folgen ranzukommen, müssen wir in Kauf nehmen, dass es sich heute unangenehm anfühlt. Aber wir, wenn andere sich teilen und verletzlich zeigen, können ja daran was verändern, dass dieses unangebende Gefühl vielleicht nur für eine kurze Dauer ist, indem man es kurz äußert, aber dann ja durch unsere Reaktion darauf dann dem anderen ein positives Gefühl geben, oder? Also da ist ja schon mal auch ein Tipp, wie wir vielleicht anderen Menschen da etwas Gutes tun können, damit sich noch mehr Menschen verletzlich zeigen können. Ja, absolut. Das ist ja ganz gut. Vielen Dank.